Willkommen zurück zu Level 6 bis 10. Naja, gut. Hallo Leute und willkommen zurück zu Somit Auch Kümmern. Oh, ich dachte erst hier würde was fehlen. Komm ich auf die Idee. Aber wir stehen hier anscheinend auf einer angehöhnten Plattform. Ist hier unten... Oh. Das Overlay fehlt schon wieder. Verdammt. Wieso? Wo ist es denn? Ist es das vielleicht? Ne. Ah, jetzt leckt es auch. Das heißt, das ist das, was ich nicht anhaben darf. Oh. Hä? Wo ist es denn? Anzeige. Ich hoffe, deine Aufnahme läuft. Ja, sie läuft schon, Ani. Sie läuft. So lange brauche ich auch nicht. Und du warst die Erste. Du hast alles richtig gemacht. Ja, genau die Anzeige wollte ich. Boah, locker zu früh. Ich hasse mich selbst. Oh nein, jetzt muss ich wieder Shift und Tab drücken, aber... Hä? Wieso hat er... Wieso war er jetzt traurig? Hä? 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 Okay, halt. Okay. Carmington, if you put Shift and Tab together, these bugs... Was heißt denn entstehen? Get created? Hm. Hm. Jetzt ist es wieder oben weg. Ach, verdammt. Blende die Nachricht da oben einfach ein. Passt schon. Ach. Ich gönne mir das, dass ich Charney gerade mal verarsche. Ach, aber in diesem Tunnel kann man richtig gut eine Kombo aufbauen. Passt mal auf, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Und zwar schießen wir jetzt hier hin. Na, das war jetzt nur eine Zweier-Kombo. Ich weiß halt nicht, was ich brauche. Na toll. Okay, ich glaube, es würde fast reichen, wenn wir immer nur Zweier- und dann auch mal Dreier-Kombos hätten. Ah, das war ne Dreier. Jawohl. Wow, wie es zu ner Siebener-Kombo geworden ist. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal hier so einen lang gehen lassen und dann da drauf schießen. Und? Das war nur eine Eins, verdammt. 21 von 100, 36 sind übrig. Da bräuchte ich aber immer Dreier-Kombo. Ist hier oben was? Nein. Also ist der Rest unten. Oh, das kann man... Oh. Bringt das Kombo? Ne. Nein. Verdammt. Oh, halt. Äh. Darfst du mir ruhig noch mehr Kombo-Punkte geben. Nein, nicht berühren. Nicht berühren. Oh Gott. Okay. Oh. Ich merke gerade, dass eine Person in der Nähe ist. Ach, Mann. Okay, halt. Ach, aber es müsste schon fast passen, wenn wir so weitermachen. Oh, wir sind sogar bei 5. Ach, verdammt. Jetzt wieder nur 4. Aber das reicht, denke ich, auch schon fast. Ach, Mist. Wir müssen es aber geschafft haben, bei den ganzen Dreier- und Vierer-Kombos. Ich glaube, nur da drüben ist eine Anzeige. Ah, ja. Sind schon deutlich drüber. Okay. Äh. Wie komme ich wieder hoch? Hä? Wie komme ich wieder hoch? Lol. Der Sprung geht. Wow. Okay, gut. Immerhin. Und nächstes Level. Okay. Okay. Wow, was fällt dir ein? Hm. Ich habe eine Person neben einem liegen. Und die möchte schlafen. Am helllichten Tage. Es ist 17 Uhr. Kann man aufstehen. Ach, wir haben einen... Oh. Wir müssen das alles mit einem Ball machen. Oh. Oh. Ja, das ist schon wieder nur eine Einser-Kombo. Toll. Ach, das heißt, ich kann aber auch immer nur Zweier-Kombos bekommen. Hm. Ja, aber trotzdem, das müsste doch gehen. Ach ne, ich bekomme sogar Dreier-Kombos. So, passt mal auf. Wir schieben den direkt da dran. Und schießen dann drauf. Jawohl. Ah, das Level dauert auch ein bisschen. Okay. Oh Gott. Ich hatte schon Angst, dass es nicht klappen würde. Naja, sieht knapp aus. Aber wenn wir überall weiter Zweier-Kombos haben, reicht's. Ach, hier sind noch mehrere Bälle. Okay. Könntest du mich bitte nicht in der Aufnahme stören? Ah, das klappt auch. Okay. Gut. 66? Wie viele Fogdime noch? Ah, das reicht. Okay. Gut. Der Rest kann so weg. Weil heute möchte ich gerne auch noch etwas sehr, 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 sehr cooles und starkes in Ozu zeigen. So, wo ist der Ausgang? Natürlich am anderen Ende. Schreibt sie jetzt eigentlich nochmal? Oder glaubt sie mir? Hm. Keine Ahnung. Also, beziehungsweise hinterfragt mich. 24, 12, einmal Zweier-Kombos. Hier sind überall Wände. Das sieht gut aus. Die Frage ist nur, wo die Steinchen sind. Da sind drei. Okay. Lol. Haha. Ach, nee. Das finde ich jetzt aber doof. Ach. Manche Wände sind fest und manche nicht. Okay, das ist... Das ist... Damit kann ich leben. Ach, und dann muss man die... Oh, das ist cool gemacht. Cool, Carmington. Das finde ich ganz nett. Das ist immer cool gemacht. Wenn es schon nicht so viel ist, ist es wenigstens dafür abwechslungsreich. Da kann ich auch nicht lang. Da aber. Ja, wir könnten mal wieder so... Ah, nee, halt. Es sind 12, das heißt, es sind vier so Türme aufgebaut. Da haben wir ja schon die Hälfte gefunden. Ha. Und dann müssen wir nochmal zurückfinden. Oh, man. Das wird, glaube ich, schwieriger werden. Und das hier ist der einzige Eingang für diese Stelle. Äh. Ah, nee, halt. Hey, what? Ach, Mann. Hör auf. Jawohl. Okay, eins noch. Ich kann das auch rein theoretisch mit den Bällen abtesten, oder? Ja. Ah, jetzt sind wir wieder relativ am Anfang. Gut, das heißt, wir schauen nur in diese Richtung. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass hier auch noch irgendwo was ist. Weil das hier ist die einzige Ecke, in der bisher noch nichts war. Oh, Mann. Ach, Mann. Ich habe jetzt schon wieder gut was angesammelt, was ich ansprechen könnte. Ah. Oh, hier. Nein, nicht berühren. Nicht berühren. Oh, Gott. Jawohl. Ich habe gut was an Themen angesammelt, über die man reden könnte, wenn man denn wieder Minecraft hätte. Und deshalb versuche ich mal schnell, das wieder aufzubauen. Nach Morphopolis wird es wahrscheinlich dann auch direkt weitergehen. So, wir laufen jetzt einfach nur mal die Ecken durch. Weil in einer der Ecken muss der Ausgang sein. Oder ist denn keiner der Ecken und in der Mitte? Und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Eige, ich schaue mich immer um. Ich muss es ja irgendwo aufleuchten sehen. Aber ich glaube, wir haben langsam auch jeder scheinbare Band gefunden. Ah, hier. Ja. Das war das dritte Level? Glaube. Wo sind wir denn? Wir sind in Level 9. Okay, das ist noch das und das nächste. Oh, das sieht cool aus. Vor allen Dingen, wachsen die auch leicht schräg? Ja. Das finde ich cool. Kann man hier eigentlich verlieren? Ach, wir haben 35. Ich sehe schon. Das finde ich richtig cool. Wenn ich jetzt noch ab und an was treffen würde, wäre es genial. Vor allen Dingen immer 9er Kombos. Aber wenn ich erstmal einmal irgendwo was getroffen hätte, dann geht der Rest doch schon voll. Und dann geht der Rest doch schon voll. Oh, irgendwo ist es passiert. Und was war es? 9. Easy. Easy. So, und das schön ist, jetzt können wir die benutzen, um alles andere zu aktivieren. So, hier wollen wir jetzt mal noch kurz eine richtig hohe Kombo. Mann, wenn ich die nur leicht anstupse, fliegen die schon richtig weit. Das ist nicht so gut. Okay. Gucken wir uns nochmal in diese Richtung. Und 9. Nein. Nein. Ach man. Mann. Okay, zwei sind noch übrig, so wie ich das sehe. Nein, nicht berühren. Ah, fein. Oh, wow. Den treffe ich natürlich. Ach komm, 8 reichen mir auch. Ach komm, 7 auch. Ach nee. Langsam muss man aber zu bunt. Ja. Wow. Das ist die perfekte Lösung. Genau drauf zielen. Lol. Das hat geklappt. Oh, das war's noch nicht. Oh. Ach so. Und was haben wir? Wir haben 231. Macht's nach. Boom. Und das letzte Level, wo wir jetzt versuchen etwas schneller zu sein. Falls das geht. Wieso rollst du auf mich zu? Halt, halt, halt. Ich hab doch schon eine Idee. Mensch, komm mal her. Nein. Das war nicht die Idee. Halt, 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 halt. Hör auf. Böse. Komm zurück. Nein, nicht da lang. Oh Gott, das wird ein ekelhaftes Level. Das wird richtig böse werden. Nein. Nein. Bitte nicht. Ja. Was brauchen wir denn? Ach, das geht voll gut. Das geht voll gut. Das kriegen wir hin. Ich versuch schon immer mal die richtigen... Oh, hätte ich jetzt getroffen. Habt ihr's gesehen? Nein. Nein. Das wär fast der richtige Winkel gewesen. So, da haben wir wenigstens nur Zweier. Und der Base ist natürlich ganz unten. Oh Mann, wir machen das mit dem Ball da oben. Ja, ja. Oh, oder hier, das geht auch. Ah, ich rutsche auch leicht nach unten. Jawohl. Oh, wahrscheinlich hätte man's auch einfach machen können und hätte einmal hier hochgehen können und alles anschießen können. Und dann hätte das auch geklappt. Boom. Geschafft. Gut. Damit hat Charney sich ihren Key geholt. Und wir fallen erneut. Und wir fallen erneut. Aber das hier gibt's beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und... Ciao.